Ah, das müssen sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Angriff! Wir werden angegriffen! Durchsuchen und säubern. Los geht's. Übernutzung, gehen gleich zurück. Ich seh sie. Macht die Fertigungen! Er ist tot. Ja, komm nur. Bring's zu Ende. Ich wollte ihn eigentlich töten. Das war mein Plan. Und dann ein Gifting insetzen, aber die muss dann natürlich unter Wasser ziehen. Ist ja klar. Muss den hier unter Wasser umbringen. Ist mir völlig bewusst. Was war denn das Dorf? Ein eigenartiger Sprung. Ah, top. Ich schau mal das Gewehr mit. Ich bin jetzt auf Jagd. Nu? Roger, ist alles in Ordnung. Oh, das sind nochmal viele. Roger, das sind nochmal sehr viele. Leer das Ding ab! Oh Mann, das dober ist selten doof. Das dober ist selten doof, ey. Schmeißt dieses dumme Kuh das Ding in die Ecke. Ja, das sind 20 Zoll, wird wohl reichen. Hab ein Knallbootes Gummiboot. Wo kam das denn her? Okay, wenn wir mit dem Team hier fertig sind, könnt ihr nicht im Übrigen raufgehen. Wonach genau suchen wir denn? Die Zentrale glaubt, der Atlas ist unter... Ich glaube, ich hab was gehört. Das seh ich mir mal an. Hier, guck's dir an. Oh, komm mal da. Moment, Bewegung. Irgendjemand spielt mit uns. Moment mal, da ist irgendwas. Komm, Momoluki. Zu deinem Kumpel. Was? Boah, ich bin ein Killer. Ich bin ein lautloser Killer. Was kann ich dann jetzt? Das ist immer noch 20 Zoll, ist groß, ne? Wachtung, Angriff! Wir weinen! Wann switch, Son? was hat er denn gesagt es ist nicht seine entscheidung aber will uns beide weiterempfehlen dann gibt es irgend so eine art initiationszeremonie und das war's mehr kann er nicht tun immer einige dieser leute waren seit jahren dabei bevor trinity sie befördert hat du musst geduld haben es geht um mehr als nur leistung erst kommt eine art und dann die zeremonie er meinte das finden wir bald ja genau guck's dir an die doch hier Genau, sieh dir das mal an. Ja, 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 sieh dir das mal an. Entschuldigung. Ja. Oh, Manni. Oh, Wippa, vielen Dank für die 10-Euro-Spende. Danke dir. Ja, sieh dir das mal an. Ja, sieh dir das mal an. Ah, nein. Nein. Du haltest nicht so viel aus. Du musst weg. Wie jetzt? Nein. Nein. Ich bin... 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 Gebe mich in Deckung. Ich bin... 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 Tio, Tio! Das war's für heute. Nichts. Oh. Mein Vater wird. Was machst du? Wie angefangen zu regnen? Oh, ist die groß. Guck mal, die passt gar nicht in die Schreibtisch. Und Spatzkloppen. Guck mal, die war vorher, ist die da unten drunter durchgeladen. Die ist größer wie die Schreibtisch. Boah, bist du ein Ries und die Frist auch für 3, ne? Die Frist ist so viel wie unsere drei andere Sonne. Fynn? Autsch. Und Baru? Wie spinn Baru? Ah, der ne! Ich darf mich mal Hallo sagen. Baru, du musst Hallo sagen. Lass mich bitte nicht anlecken, ich muss die Finger wieder wischen. Echtes Rähnthaus? Das wird kaum angefangen. Wenn es Gewitter gibt, muss ich mal beschert sein, ne? Ich fang hier alles an. Okay. Ich krieg das doch nicht mit oder die Leute im Chat können wir das vielleicht. Ist das der Schädel? Ja, das ist Schädel. Es zieht grad richtig zu, wird dunkel. Schon Angst kann alle nicht. Die haben ja Unwetter gemeldet heute, ne? Jetzt musst du mal spazieren gehen, ne? Jetzt musst du mal spazieren gehen willst, ne? Ich war hier schon. Aber ich musste hier im Sportplatz sein. Die passt gar nicht mehr hier hin, Barut. Vielleicht noch mal auf dem Trampolin geschlafen. Ja. Die haben so einen Trampolin hier stehen, da haben die beide drauf gelegt. Die ist so groß wie das Trampolin, ey. Ich brauche jetzt Wasser. Der Fruchtzwerg 32 ist 8, ne? Ah, jeden groß. Ich habe mich so über die Dinger gefreut. Was für Dinger? Sie hat schon reingeguckt, weil sie hat Müsseko gedacht, ja, wer für sie. Ich habe einen Ruf gemacht, habe ich Süßigkeiten. Was habe ich denn jetzt? Was für Süßigkeiten? Sag ich nicht. Ich muss ein Beirat gucken. Eigentlich machen wir, heute machen wir gleich noch das Video. Ja. Oh ja. Und ich durfte ja anders essen. Ne, ich muss jetzt erst mal gucken. Der Fruchtzwerg hat dich gerade begrüßt. Hallo. Ich kann nicht drüber, weil ich gerade den Hund festhalte. Ist die nicht süß? Die ist nämlich süß, die ist ja wolfsähnig, ey. Guck mal, ist die groß, ey. Du fühlst dich wirklich voll. Die war so lieb, die war so lieb. Sag sie zu mir nämlich, ne? Du bist ja auch der Hund. Ach so, zahlt man nur zum Hund. Süßes süß. Warum liegt denn hier dein Müll? Ich habe gedacht, vielleicht will ich den ja noch lutschen. Da ist doch nichts mit drin. Ich weiß, voll schön verarscht. War so ich dann lutschen ins Plastik oder was? Ja. Die war ganz lieb. Total lieb. Sieh, die hat nie was Krit, ne? Die hat ganz weiße Zähne. Ja. Die Krit hat keine Süßigkeiten oder irgendwas. Gell? Ich geh immer Wasser geben. Ja. Was die groß, ey. Tschüss. Da ist so ein halbes Peer. Gell? Mach doch was. Warum kann ich hier eine weitere Fähigkeit einer Kategorie meistern? Hä? Was war das da, was so geil war mit der Explosion? Das hier, ey. Das war echt saugeil. Hohlspitzgeschosse. Labyrinth, man müsste die Schleiter nochmal umziehen, ne? Oh. Und erhöht Schaden. Ich muss das da auch noch lagladen, ne? Machen wir noch höhere Schaden. Och, wie geil, ey. Boah, wie geil! Ja, da krieg ich wenigstens Ressourcen. Bis zum nächsten Mal.